Geht sein. Ach, nicht du! Du! Nein! Alter, auch nicht du. Du! Ah, ich stehe jetzt mit Telekinese. Ach doch, mach ich jetzt mal. Jo, da üben wir was mit Telekinese. Ach doch, guck mal, geh hoch. So, mach mal, wenn das jetzt nicht aufgeräumt ist. Ja, und jetzt? Doch sauber alles. Alles genau. Du, kann ich nicht zu machen. Komm, eigentlich irgendwas muss ich nicht machen. Alter, aber ganz ehrlich, ich bin ein liebes Kind. Guck mich doch an. Ich kann auch niemandem was zu leide tun. Warte, ich bin da. Wer wird heute, ist der? Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Alter, jetzt muss ich noch Zähne putzen wegen du, oder wat? Oh, gibt's hier nen Bart? Gibt's hier noch... Okay, da... Ja? Nein. Alter. Geht zu. Ja? Alter. So, Kinder, das ist ganz wichtig. Jeden Morgen Zähne putzen. Ich will doch mal ganz, ganz schrecklich auf. Du musst Zähne putzen. Geht zu. War ich jetzt Mama? Bist du Mama? Nein, du bist nicht Mama. Du Lüchnerin! Mama? Hat mir Zähne geputzt. Alter! Wo ist Mama? Ich vermiss meine Mama! Mama, bist du... Oh. Ne? Ich glaube schon, dass die Mama ist. Ey, was liegt denn da oben? Ich hab mein Spielzeug. Mama? Ach, scheiße. Ja, das muss ich Mama finden. Ja, das muss ich Mama finden. Weil sie sieht, wie brav ich bin. Schaut nicht aus, das ist meine Mama hier. Oh, jetzt nicht das Klo. Oh, bist du auf Klo? Nein, Mama ist nicht auf Klo. Alter, Muttern, ich hab die Zähne geputzt. Es kommt noch mal her. Ich will dir Hallo sagen. Kannst du vielleicht Kürung tun? Nee. Oder? Was ist denn da? Nee, geh mir jetzt auch nicht rein. Dann geh ich erst später rein. Nachdem ich Mama gefunden hab. Mama? Nein. 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 Bist du hier? Nein. Aber hier! Scheiße. Alter! Wie... Für ein Rat denn das Haus? Mama? Mama? Ein Kind auf der Suche nach seiner Mama. Wie ein Leben. Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Alter, ich sag doch noch nicht zu Jet im Tag. Alter, es braucht mal EINMAL seine Mutter. Braucht mal EINMAL. Man findet die nicht. Das ist aber schade. Wo könnte sie immer sein? Mama? Mama. Alter, die muss irgendwo mal wieder auftragen. Alter. Mama, warum hast du mir nicht angezeigt? Ich will die ganz scheiße noch mal machen. Zeig dich mal Mama. Bist du draußen? Alter. Ich will doch mal umübereinkommen. Ich will doch mal umübereinkommen. Warte Mama da. Alter, die kann doch bloß oben sein, oder? Boah, kacke. Alter, was war denn das? Da ist Mama! Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll raus. Boah, Alter, wo haben wir den Müll heutzutage? Also, einen Müll einfach weiß ich, dass wir immer in der Küche haben. Ist das bei uns auch so? Und da gibt es ja ein klein Müllhaus. Einen Müllraum. Hallo? Müll? 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 Oh! Müll! Müll rausbringen. Ah. Kommt bestimmt dahin. Nee. Doch, warte. Mh. Hallo, wir müssen Müll rausbringen. Wat? Wo bringt die denn ihr Müll hin? Müll? Nee. Geht nicht so aus. Müll? Nö. Und da ist das draußen. Wir springen ja unsere Müll immer raus. Dafür haben wir ja immer einen Schub. Ah, Schub. Müll? Müll hast Lust? Oh. Oh. Das sieht doch schon aus wie Müll. Guck da mal. Ja und jetzt? Nee und. Ja genau. Ich bring mein Müll auch immer mit Telekinese raus. Pff. Pff. Oh. Wir haben ein Utschabrett. Wir haben ein Utschabrett. Wir haben was geschenkt bekommen. Oh. Oh. Wir haben ein Spielzeug. Alter hab ich mich jetzt erschrocken. Äh. Hallo. Was siehst du hier oben? Was sollst du darstellen? Oh. Oh. Es ist weg. Oh. Jetzt wieder da. Sieht doch aus wie im Bild. Okay. Alter. Gucken wir uns das Geschenk jetzt noch an oder? Okay. Ja. Das ist geschenkt. Alter. Das ist okay. Lass mal wegräumen grad. Ne. Der ist schiebisch aus. Zappers. Sieht gefährlich aus. Ah. Okay. Alter. Genau. Hallo lieber Junge. Alter du bist Fleischklopfer. Ist das ne scheiß Beruf. Hallo. Du weißt dass du nicht hier sein solltest. Jetzt bin ich aber hier. Chat. Fleischer. Er arbeitet hier. schon. Mit Ruhefleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Ja. Soll ich mich da zulegen oder was. Und mich schmuchmetzen lassen. Schön. Und wo du jetzt hier bist. Kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Oh Gott. Die sind nicht so schwer. Alter. Welche Fleischkisten? Alter. Der lässt Kisten kleine Kinder tragen. Kinderarbeit. Sofort tragen. Ja. Gyro. Kann der Blister sein oder? Zehn Prozent. Yay. Zehn Prozent. Also ist aber schön. Ach ja. Natürlich wollen wir die 800 schaffen. Äh die 100. Bläh. 800. Ah. Freue ich mich auf das Spiel. Die ganze Woche. Die ganze Woche. Das erste. Die Deutsche Bank. Die braucht so lange. Bis jetzt geht man auf Paypal überweist. Weil Paypal ist sich überlegt. Hm. Ja. Ich tue das mal nicht überlasten Schrift machen. Und da wird schon natürlich immer das Gerät. Oh Gott. Jetzt haben wir's ja. Ja. Ich freue mich richtig schon drauf das zu spielen. Ich freue mich so einfach. Ja. Jetzt nichts. Es kommt ja erst ein Screen 2. Oder eigentlich müsste das jetzt mit in der Woche laufen. Wo Lucifer kann. Alter wir sind bei 30 Prozent. Wow. Alter. Ja. Mach die auf. Nein. Alter. Manchmal komm ich noch mit der Steuerung. Na. Ist es noch mehr Fleischkissen? Huh. Ist es noch. Da bin ich schon gerade mal bei. Wie viele Wurzeln mache ich gerade? Bin ich schon gerade mal bei 50. Ja toll. Nie. 40 Grad mal. Oh Gott. Das ist jetzt so als Fleischkiste. Seht ihr alle als Fleischkiste? Nein. Zeht nicht als Fleischkiste. Alter ich guck in der Rad. Ja und jetzt? Soll ich das noch wegschauen? Hallo. Ich muss hier weiter arbeiten. Alter. Wer das jetzt auch als Fleischkiste zählt. Ist doch offen. Ist doch offen. Geil. Ja das wäre Scham. Geil. Scheiße. Hätte er klappen können. Ja. So. Jetzt darfst du was nehmen? Äh. Cool. Wie süß das Buch aber auch aussieht. Geil. Ich muss hier noch Fleischkiste. Hast du schon mal wieder was fertig gemacht Junge. Hey. Hey. Hey Lucius. Ich muss hier weiter arbeiten. Ja schön dass du weiter arbeiten musst. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? So. Was soll. Ich hab'n. Ja. Ganz genau. Ich versteh' gerade sinnlich. Was ist die Aufgabe für mich? Ich hab'n. Ja. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Alter ich hängt ihr Fleisch drinne. Ich hab'n Schweine. Hier. Ja cool. Was soll ich denn? Da können sie mich hier sehen. Komm mach'n mach' die Truhe auf. da die hier überall hatten dass sie gut ganz komischer Kollege Kollege Schmierfuß ich verstecke mich jetzt unten den Schweinedarm hier was zum Teufel, wie ist denn diese Glühbirne explodiert ich glaube der Hausmeister hat gerade eine Glühbirne umgewechselt ich glaube der Hausmeister hat gerade eine Glühbirne umgewechselt hey Lucius, suchst du bitte einmal neue Birnen für mich? ich muss hier weiter arbeiten der Lucius hat doch alles dabei hey Lucius, suchst du bitte einmal neue Birnen für mich? ich muss hier weiter arbeiten er ist oben auf der See